Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video mit Ilja. Hallöchen meine lieben Freunde heute gibt es wieder eine ganz normale Folge Hide and Seek. Eine ganz normale, nämlich nicht. Auf jeden Fall Ilja kannst du bitte aufhören mich zu schlagen. Ich würde sagen, heute verstecke ich mich mal zuerst und geh du mal ein bisschen weg, guck am besten zur Straße oder so, ich vertraue dir nämlich nicht, dass du cheatest und so und meine Freunde, ich gehe mich, oh, ich muss mich noch klein machen gleich, ich muss mich noch klein machen. Warum versteckst du dich zuerst? Du kannst dich auch zuerst verstecken, ist mir doch egal, sonst versteckst du dich nämlich immer zuerst, deswegen habe ich gesagt, verstecke ich mich heute mal zuerst. Oh, innovativ. Ja, deswegen gehe ich mich jetzt einfach jetzt, ach, willst du, na, ich gehe mich jetzt verstecken, Alter, halt das Maul. Willst du? Ja, ich will. Ich mache mich noch kleiner kurz. Boah, ich sterbe, Hilfe. Nice. Endlich. So, heute mal wieder hier, das Haus kennt ihr natürlich, Leute. G-T-A-5, 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 G-T-A-5. So, Freunde der Sonne, Freunde des... Bist du versteckt? Nein, ich muss dich kleiner machen. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D... Noch kleiner als du hier schon bist? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D... Hä? Okay, ich glaube, das müsste ein gutes Versteck sein. Äh, ich bin versteckt. Leute, er darf auf keinen Fall, er darf auf keinen Fall Tap drücken, weil dann... Ja, er darf auf keinen Fall Tab drücken, weil dann sieht er, dass ich ein Kaktus bin. Aber vielleicht fällt es auch nicht auf. Wo bist du? Ich sehe dich. Du siehst mich. Ich sehe dich. Warum ist hier Gold? Ich sehe dich. Warum ist hier Gold? Ist das schon immer so? Gold? Ja, hier hängt Gold rum. Nein, das hängt schon immer da rum. Da hängen auch Leuchtsteine als Lampen, glaube ich, einfach, oder meinst du? Nee. Ach so, ja, doch schon. Ähm, du siehst mich. Okay, warte mal ganz kurz. Warum siehst du mich hier? Ja. Ach, der arme Elia wird mal wieder getrollt. Leute, schreibt ganz viele Vorschläge in die Kommentare, wo wir noch spielen sollen. Und schreibt mal Troll-Vorschläge. Ich sehe dich. Ach doch, du kannst ja auch noch so scheiße um die Ecke rumgucken. Und schreibt mal. Oder du bist da oben. Also Ideen und Troll-Vorschläge und lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt auf mehr Trolls. Ich lasse mir richtig geile Sachen einfallen. Ich bin richtig verwirrt gerade. Echt? Also ich sehe... Ja, oder? Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Okay. Hallo. Hallo. Wo bist du? Siehst du mich? Jein. Jein. Ich wollte nein sagen, aber wollte erst ja sagen. Deswegen habe ich jein gesagt. Außer sehen. Du bist aber kein Hase, oder? Nein. Ich bin kein Tier. Du bist kein Tier? Okay. Stimmt. Hier ist ein Hase mit roten Augen. Oh mein Gott, der Kaktus ist gerade gewachsen. Hä, ich check's nicht. Wie kannst du mich denn hier sehen? Oh, oder du bist in so eine Wand reingepackt, weil die hat dieselbe Farbe. Ich bin jetzt... Ich habe mein Versteckrad gewechselt. Also siehst du mich nicht mehr? Nee. Ja, super. Ich suche die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, Mann. Ich habe so keine Ahnung. Ich sehe dich. Du siehst mich? Ja. Ja, ich dich auch. Er wird mich sehen. Deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall abhauen. Okay, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Du warst gerade noch am Pool, aber... Ja, jetzt bin ich wieder am Pool. Siehst du mich wieder? Er hat mich gerade ganz genau angeguckt. Nee. Hä? Er hat mir gerade genau ins Gesicht geguckt, Leute, als er an diesem Baum stand. Erst mal die Standardverstecker ablaufen. Ja, das ist mal die Standardverstecker. Ich bin auf jeden Fall nicht im Haus. Nicht im Haus. Ja. Okay. Du bist gerade am Tennisplatz. Du bist aus dem Häuschen. Äh, was? Nee, bin ich nicht. Ich bin übel weit weg vom Tennisplatz. Okay. Also soll ich dir sagen, was ich sehe? Ich sehe... Oh, nein. Ja, ich sehe auf jeden Fall was. Ich muss nach einem Kaktus suchen. Richtig? Oh, das kotzt ja schon wieder so hart an. Wie spät du das gemerkt hast. Wie spät du das gemerkt hast. Wie spät du das einfach gemerkt hast. Und wenn du wüsstest, dass du mir schon genau ins Auge geguckt hast. Oh mein Gott. Weil da hinten sind auf jeden Fall welche. Oh, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ach, ich Junge, Alter. Wie du mir einfach genau ins Auge einmal geguckt hast. Du hast mir genau in die Fresse geschaut. Oh, wie unangenehm. Gott, wo bist du? Gib mal deine Waffen her. Ilja. Pass auf, wir machen so. Ohne irgendwo reinlegen. Wie ohne irgendwo reinlegen? Viel zu schwer sonst für mich. Ich muss dich aber irgendwo reinlegen, lol. So, ich gehe jetzt vors Haus und zähle ab jetzt bis 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also Leute, schreibt mal ganz viele Troll-Vorschläge in die Kommentare. Es muss nicht so gegen Ilja sein, weil der liest das dann bestimmt. Es kann auch gegen Rewi oder gegen andere Leute sein, gegen Felix oder so. Schreibt einfach mal ganz viele Vorschläge in die Kommentare. Und ich habe ja auch zu Ilja, Ilja hätte jetzt glaube ich auch nicht gedacht, dass ich ihn jetzt verarsche, weil ich habe ja echt dann auch gesagt, eine ganz normale Runde halt in Sieg. So, bist du schon versteckt? Nee, aber ich darf mich nirgendwo drauflegen, das ist ja mega kack. Ja, nee, nee, nicht reinbacken irgendwie hier, wo man sich wieder nur halb sieht oder so. Das wäre ja nicht so cool, weil dann suche ich dich wieder 5 Jahre. Okay. Ja, nö, ich bin nicht versteckt. Okay. Okay, okay. Oh, scheiße, Mann. So, ich bin ausgerüstet, glaube ich. Ja, bist du versteckt? Eigentlich eher weniger. Also, ja. Gut, dann komme ich jetzt. Alter, mein Versteck. Das ist nicht mein Versteck, Mann. Okay. 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 Okay, der okay. This is the red man of the night. Oh, nein. Oh, yeah. Ich höre Paluten gerade aufnehmen. Das ist ja voll die Aufnahmesession. Ich nehme auf, Paluten nimmt auf. Holla, die Waldfee. Vielleicht hört der dich auch aufnehmen. Wer weiß. Das kann ich mir auch vorstellen. Naja. Ich habe dich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das kann ich mir vorstellen. Wo bist du? Da, wo du bist. Okay. Ja, nice. Da, 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 da. Da, wo du bist, wie ich gesagt habe. Das war nicht mein ordentliches Versteck, Alter. Ja, du hältst. Weißt du, es gibt. Pass auf. Hä, ja, ich kann dir tausend sein. Pass auf. Wenn ich mich in die Wand backen kann. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Ich nehme jetzt sogar extra den Kaktus-Skin, damit es für dich leicht wird. Zehn Sekunden ab jetzt. Ich verstecke mich. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich komme. Dann komm mal. Ich komme. Du komme? Ja, ich komme. Ich komme. Kennst du? Gomme? Ich auch nicht. Super. Wenn der Gomme-Mod angeht. Wenn der Gomme-Mod angeht. An- An- geht. Ähm. Ähm. Ja, ich schaue jetzt erstmal, weil ich es ja eigentlich muss, zu den Kack-Teen. Ja. Aka Kaktusen. Kaktusen. Oh Mann, der ist schlecht. Ja. Was machst du da hinten? Das Ding ist, das steht sogar im Duden. Echt? Ähm. Ja. Ähm. Ist umgangspartig. Ich dachte, du guckst beim Kaktus nach. Ja, wollte ich ja auch. Aber dann hast du gesagt, was machst du da hinten? Ja, vielleicht um dich ein bisschen zu trollen. Verarsch mich doch nicht. Hast du dich da reingebuckt? Wahrscheinlich, oder? Hätte ich dir wieder keinen Tipp gegeben, wärst du wieder 500 Jahre weggelaufen und hättest mich nicht gefunden. Ja, möglicherweise. Okay, Ilja. Special-Runde. Du weißt, was das heißt. Geh dich mal verstecken. Ich bleib mal hier draußen. Hör auf, mich zu töten. Du kannst die Waffe auch gern behalten. Wird dir nichts bringen. So. Das heißt, ich muss mich eigentlich nicht verstecken. Doch. Wenn du Glück hast, trifft dich vielleicht dasjenige, das... Genau. Was? Nichts. Aber das wird mich nicht treffen. Was hast du gemacht? Du bist unter der Map. Geh unter der Map weg. Äh, ich kann nicht. Doch, G-Mode. Okay. Wie ich einfach wusste, dass du da unter der Map bist, Alter. Ohne, dass ich nachgeguckt hab. Wenn du schon so blöd sagst. Nimm, 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 nimm. Sobald du unter die Map fällst, hast du verloren. Okay. Ja, ich kann doch eh nur verlieren. Also hab ich das nicht verloren. Bist du versteckt? Nö, aber ist nicht so wichtig, glaube ich. Okay, ich komme. Ja, super. Leute! Vielleicht wehre ich mich auch einfach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, bist du gerade? Oh, oh. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ein bisschen weiter weg, oder? Ja, ja, alles gut. Lass mich doch erstmal das Haus kaputt machen. Das Haus kaputt, okay. Ja, dann mach das Haus kaputt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dö, 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 dö. Alter, verdammt, das ist ja richtig dumm. Hier geht es immer gleich, hier fällt man immer gleich unter die Map. Ja, ja. Aber nein, ich bin nicht unter der Map. Ich sage nur, dass es dumm ist, weil man immer unter die Map fällt. Dumm, 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 irgendwann werde ich dich schon treffen, Alter. So viele Dinger, wie hier durch die Map fallen. Irgendwann. Jo, möglicherweise. Vielleicht hast du aber auch einfach einen falschen Ansatz. Okay. Also H-Ansatz. Okay. Ich bin geschützt, ich bin geschützt. Du bist nicht geschützt. Du bist nicht geschützt. Das wäre echt noch gar nicht Damage gemacht. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Hat er seine Zeit. Oh, da habe ich gerade eine Explosion gesehen. Gesehen? Gesehen. Da habe ich eine gesehen. Okay, wenn du unter der Map bist, ne, ich werde dich für immer bannen. Für immer bannen. Also ich bin nicht unter der Map. Es kann ja nur eine Frage der Zeit sein, bis ich dich treffe, mein Süßor. Ja, vielleicht, ja. Hast du mich denn schon gesehen? Äh, ne, dich habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe schon Explosionen gesehen. Ist es möglich, dass du auf einer Seite vom Haus einfach noch gar nicht warst? Ja. Ja. Da bin ich auch nicht. Ja. Ich bin auf der Seite, wo du warst. Das klau für dich. Ja. 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 Super. Total. 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 Ich kriege ja die ganze Zeit Damage. Ohne Ende. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Warte doch mal ab, mein Freund. Ne, ich warte nicht ab. Na klar, warte doch mal. Warum? Warte doch mal ab. Irgendwo bist du. Ja, irgendwo bin ich bestimmt, ja. Alter, ich höre nur, wie du übel ausrastest. Meine FPS gehen schon nach unten, aber du triffst mich einfach nicht. Du hast mich auf jeden Fall schon ein einziges Mal gehittet, aber das ist schon ein bisschen länger her. Okay. Also du bist im Haus, ne? Äh, ja. Okay, dann muss ich ja irgendwann hier eine Granate treffen. Eine Granate. Die Frage ist nur, wann? Jetzt regnet es auch noch. Jetzt regnet es auch noch. Irgendwann. Oh, nice, das sind Blöcke. Die hole ich mir, da baue ich mich noch weiter mit ein. Autsch. Ey, hör auf damit. Autsch? Nee, nein. Autschi, Autschi, Autschi. Oh, da ist noch ein Block, den hole ich mir auch noch. Nice. Oh, oh, Ilja. Oh, oh. Oh, oh. Da habe ich dich wohl noch gesehen. Freunde, ich würde sagen, das war doch ein super Abschluss. Drei Minuten lang habe ich jetzt versucht, hier alles zu zerbauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Schreibt Vorstellungen in die Kommentare. Schaut bei Ilja vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da. Und... Au. Ey. Gemein. Och, ich wollte dich gerade töten, dann springst du mit der Absicht runter. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020